Hallo zusammen, mich ist wieder Heuchelah und tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute also einen kleinen Toy-Guard präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von einem Rare uns looten können. Und dafür bin ich mit ein paar von meinen Twings rumgeflogen, habe ein paar Rares abgeklappert. Dementsprechend ist das Interface hier nicht so wirklich eingestellt, ist aber egal. Mir geht es tatsächlich nur um den Loot mit den Shards. Und zwar habe ich jetzt hier ein Toy-Guard guttern können. Und da schimpft sich einmal Jorums Trommel. Und dieses Toy gibt es von einem Rare. Ich zeige euch mal, wo der sich befindet. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten... Ah, ich habe alle Airdons mit dem aus, kann ich euch gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall hier unten, hier an dieser Insel, spawnt der Rare. Und zwar habe ich auch schon mal rausgesucht, wie der heißt. Da ist der Dean. Und ja, der heißt Dean Kriegstrommel. Und der droppt zu 9% unser Toy, was ich jetzt eben bekommen habe. Heißt, ja, ein paar Mal umhauen, dann hat man es eigentlich relativ sicher im Sack. Ich würde sagen, wir lernen das jetzt einmal. Und schauen uns das mal an, was das genau macht. Ich hatte hier so ein bisschen die Problematik, dass aktuell am Anfang des Patches alle möglichen Add-ons packen. Deswegen habe ich bei den Twings mal so gut wie alles ausgemacht. Deswegen habe ich jetzt leider auch keine Koordinaten für euch. Aber ich denke mal, ihr müsst es finden. So, da haben wir es. Dann setzen wir es mal ein. Also wir platzieren dann einfach eine Trommel. Und mit der können wir interagieren. Ah, da können wir auch draufhauen. Ach cool, okay. Du kannst dann hier die Sounds machen. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, kannst du deinen eigenen Song damit kombinieren. Anscheinend ist das irgendwie auch eine Reference, habe ich gelesen. Wer hat also dieser Dean Darajin, ist anscheinend irgendwie eine Reference auf irgendeinen von diesen Star Wars Serien. Ich habe die leider nicht gesehen, aber vielleicht kennt es ja einer von euch. Gut, soviel zu dem Toy. Ist ein nettes kleines Ding. Und ja, könnt ihr euch gerne nachfahren. Ich zeige nochmal auf der Map, der Rare steht hier oben. Und ihr seht ja, wenn ihr dementsprechend den an dem jeweiligen Tag noch nicht gemacht habt, wird das auch auf der Karte angezeigt. So wie jetzt zum Beispiel der Rare hier unten, dass er einmal am Start ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfahren. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.